Der Mann der schönen Töne. Gucken Sie mal, da kommt der an. Das ist der Mann mit der Wartwichse. Ein Applaus für Bodo, bitte. Bodo Henkel. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, Annika, warum kommt der jetzt erst? Ich weiß es. Der hat so viel getan, der bummelt heute seine Unterstunden. Ja, so könnte man es sagen. Und ich würde sagen, wir starten gleich auch mit unserem ersten Eck, mit dem Eröffnungseck für heute. Also das Eck klingt natürlich immer zu arg und wie nackig. Sie ist eine wunderbare Künstlerin, sie ist ein wirklicher Wirbelwind, das hat sich schon bewiesen, sie hat für gute Laune gesorgt. Sie ist über 20 Jahre im Geschäft, ein alter Hase, obwohl der Soloname eigentlich noch recht neu ist. Und ich weiß, dass Sie sie alle in die Herzen geschlossen haben, weil sie ist das, was wir am Himmel haben. Ein Sonnenscheinchen der deutschen Unterhaltung. Ihr Applaus für Birgit Lahr. Dankeschön. Und passend zu unserem Superwetter, ich habe gestern mal mit Deutschland telefoniert. Die friert sich der Arsch auf. Genießt jeden Sonnenstrahl hier und deshalb haufe ich mir den Sonnenschein. Kann ich ruhig los.